Hey Leute, MarksBlock hier und in diesem Video zeige ich euch den Innermax Vegas Lüfter und zwar in der blauen Version. Dann powern wir das Ding nochmal ein bisschen hoch und wie ihr schon wahrscheinlich aus meinem Unboxing mal oder gesehen habt, hat der Lüfter hier noch so einen kleinen Knopf dabei und den drücken wir nochmal und schauen mal was passiert. Also ihr seht jetzt hier die verschiedenen Modis, die hier ausgelöst werden durch den Knopf und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen, alle wichtigen Links sind unten in der Beschreibung. Danke nochmal an Innermax für das Zusenden und ich sage Peace out, Ciao, MarksBlock.